Herzlich Willkommen bei Andres Trinbacher, Personal aus Karlsruhe. Heute mal ganz spontan als Reporter unterwegs. Warum? Marco, der liebe Marco Gutenberger, die Talkbox hat mir einen Tipp gegeben. Hier in Karlsruhe, neu eröffnet, ein Outdoor-Sportpark, klein aber fein. Wir finden den in Killesfeld, Karlsruhe Killesfeld, und zwar am Polizeisportverein, hinten am Sportplatz. Da haben sie es aufgebaut. Einmal hier was zum Hangeln, zeige ich euch, wie es funktioniert. So, drüben hat es noch ein paar Reifen, zeige ich euch gleich. Ein paar Lkw-Reifen, könnt ihr euren eigenen Vorschlag mitbringen, und da könnt ihr euch hier schön austoben. Andres ist das Gerätehaus, da werden auch abends Stunden angeboten für den Outdoor-Sport. Das ist ein Weichboden, da kann man also nicht hart fallen. Nicht vergessen, Edgar-Heller-Straße 21 im Karlsruhe Polizeisportverein. Wir haben auch eine Rufnummer dran. Warum? Weil es gibt Reservierungen. Hier werden auch abends Kurse angeboten. Das Einzige, was man berücksichtigen sollte, ist, es ist mittel in der Sonne. Das heißt also, Sonnenschutz ist hier keiner gegeben. Das ist mittel in der Sonne. Dasστot von heute Morgen. Ich bin, das ist mittel in der Sonne.